Herzlich Willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Ganz am Anfang kann man hier ein Tier oder was auch immer das ist auswählen. Ich wähle hier dieses Tropfen und das Ziel von diesem Spiel ist ein Code zu schreiben, das dann nachher dieses Tropfen hier durchführt. Das Ziel ist diese Edelsteine hier zu fressen und alle grauen Felder, die noch nicht aktiviert sind, zu aktivieren. Und wenn sie aktiviert sind, dann werden sie blau, wie hier. Aber die grauen Felder sind nicht immer in dieser Position hier. Also sie wechseln immer ab. Darum muss man eine If-Anweisung schreiben. Also If ist ein Closed Switch, Toggle Switch. Das heißt, wenn es nicht aktiviert ist, Toggle Switch heißt dann zu aktivieren. Man muss dann diese grauen Felder aktivieren. Dann muss man hier die Klammer zu machen. Und dann hier in der Mitte gibt es einen langen Code. Und dieser ist ganz einfach eigentlich. Man muss nur sagen, turn right, turn left, move forward. Also ein ganz einfacher Code. Und auch Collect Jam, also das heißt Edelsteine fressen. Und ganz oben links könnt ihr, also hier könnt ihr sehen, dass wir schon drei von vier Edelsteine gefressen haben. Also dieses Tropf hat jetzt vier von vier. Also hat jetzt alle Edelsteine gefressen. Und man muss jetzt nur noch ein graues Feld aktivieren, weil man von acht schon sieben hat. Und dieses Tropf wird das jetzt bald machen. Und was ich auch gemerkt habe, ganz am Anfang habe ich einen Fehler gemacht. Und bei dieser While-Schleife, also man benutzt auch eine While-Schleife. While is blocked, move forward. Und ich habe dieses Ausrufezeichen hier vergessen. Und ich dachte, ja, ist nicht so schlimm. Aber das ist das Wichtigste. Und wenn man das nicht hat, dann funktioniert das nicht. Und ich ganz am Anfang habe das ohne den Ausrufezeichen geschrieben. Und das Tropf hier war einfach da am Anfang und blieb einfach stehen. Darum ist es sehr wichtig. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt das Level geschafft. Und es geht zum nächsten. Also danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr konntet etwas lernen.